Was sind die häufigsten Ursachen für einen instationären Gang? Es gibt eine Reihe von Ursachen für einen unsteten Gang, der auch als abnormaler Gang bezeichnet wird. Ursachen für instationären Gang können Verletzungen der Wirbelsäule oder des zentralen Nervensystems, langfristiger Alkoholmissbrauch und Vergiftungen mit Mangan oder Kohlenmonoxid sein. Bestimmte Krankheiten, darunter die Parkinson-Krankheit, Multiple Sklerose und das Quileinbare-Syndrom, können zu instabilem oder abnormalem Gang führen. Es werden im Allgemeinen mindestens sechs verschiedene Arten von Gangproblemen mit jeweils unterschiedlichen Merkmalen betrachtet. Die Merkmale eines anormalen Gangs können sich je nach den Ursachen der Gangstörung von Person zu Person ändern. Probleme mit dem Gang sind häufig, insbesondere bei älteren Menschen und Menschen mit unterschiedlichen Gesundheitszuständen. Ältere Menschen haben möglicherweise das höchste Risiko für die Entwicklung von Gangproblemen, da Gleichgewicht, Stabilität und Flexibilität mit dem Alter oft abnehmen. Viele der bei älteren Menschen beobachteten Gangstörungen können auf unbewusste Versuche zurückzuführen sein, den Gang zu verändern, um beim Gehen ein Gleichgewicht und Stabilität zu erreichen. Andere Personen, bei denen ein Risiko für Gangstörungen besteht, sind Parkinson, Cerebralparese, Quileinbare-Syndrom, Muskeldystrophie und angeborene Hüftdysplasie. Personen, die an Krankheiten oder Traumata leiden, die die Muskeln, Gelenke oder das zentrale Nervensystem betreffen, können ebenfalls ein erhöhtes Risiko für Gangstörungen haben. Nicht alle Ursachen von Gangstörungen sind schwerwiegend. Muskelgatter, Schienbeinschienen, Schwielen, Hühneraugen und eingewachsene Fußnägel können allesamt zu instabilem Gang beitragen. Selbst unbequeme Schuhe können zu Gangstörungen führen. Die verschiedenen Arten von instabilem Gang können sich in ihren Merkmalen und Ursachen so stark unterscheiden, dass sie klassifiziert werden. Der Steppgang ist zum Beispiel normalerweise durch einen baumelnden Fuß gekennzeichnet, der es den Zehen erlaubt, den Boden zu ziehen. Der Scherengang, der häufig bei Patienten mit Cerebralparese auftritt, verleiht dem Läufer ein etwas geducktes Aussehen und ermöglicht es den Oberschenkeln, scherenartig zusammenzuschlagen oder übereinander zu kreuzen. Der watschelnde Gang wird oft als enternartiges Aussehen beschrieben, während der spastische Gang den Läufer veranlassen kann, sich steif zu bewegen und die Füße zu ziehen. Der Trieb, der häufig bei Patienten auftritt, die von Kohlenmonoxidvergiftung, Manganvergiftung, Parkinson-Krankheit oder einigen Nebenwirkungen von verschreibungspflichtigen Medikamenten betroffen sind, lässt den Fußgänger in der Regel gebeugt und unflexibel mit chronisch gebeugtem Kopf zurück. Eine sechste Gangart, der ataxische Gang, resultiert normalerweise aus einer Schädigung des Gehirns, möglicherweise aus Schlaganfall, langfristigem Alkoholismus, diabetischer Neuropathie oder dem Gebrauch bestimmter verschreibungspflichtiger Medikamente, wie sie zur Behandlung von Anfällen verschrieben werden. Die Behandlung von Gangstörungen hängt häufig stark von der Ursache ab. Verletzungen der Muskeln oder Gelenke oder Erkrankungen wie Arthritis, die Muskeln oder Gelenke betreffen, können zu einem instabilen Gang führen. Gangprobleme bessern sich jedoch im Allgemeinen, wenn die zugrunde liegende Erkrankung behandelt oder behoben wird. Die Physiotherapie kann dazu beitragen, Gang-Gab-Normalitäten bei chronischen Erkrankungen zu verbessern. Die nicht vollständig behoben werden können.